Wie es sich anfühlt, ins Bett zu gehen, Originalvideo in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen hier, das ist, wenn man sich ins Bett legt und, ja, es geht super langsam voran. Und auf einmal ist es wieder Zeit für die Schule. Freunde, wir kennen es doch alle. Wenn man schläft, dann vergeht die Zeit einfach mal in Nullkommanichts. Wir sehen, es ist einfach wieder Tag. Wenn man sagt, man geht eher schlafen, dann, äh, ja, sehen wir schon. Es ist auf einmal super spät geworden. Das ist wirklich der Klassiker. Auf einmal ist es schon wieder morgens. Wenn ich versuche, schlafen zu gehen, ja, die Kopfwebs, Spinnnetze, treffen es wirklich wie die Faust aufs Auge. Und einfach mal Netflix schauen die ganze Zeit. Like und Abo nicht vergessen.